Wir stehen hier vor dem Bianco Aktiv 720 SKDW. Das ist der größte Caravan, den Fendt Caravan jemals produziert hat. Er ist ein Fahrzeug für die größere Familie, drei, vier Kinder. Die Nachfrage von Familien mit einer größeren Anzahl von Kindern wurde immer größer in den letzten Jahren. Und die Leute wollen auch aktiv mit dem Caravan fahren und den nicht nur am Campingplatz hinstellen. Deswegen hat uns das dazu bewegt, so einen großen Caravan jetzt mal zu bauen. Aber kam natürlich auch die Geschichte aus skandinavischen Ländern. Deswegen ist dieser Caravan auch mit einer Warmwasserheizung versehen, dass man den auch in Skandinavien optimal einsetzen kann. Die Highlights bei diesem Fahrzeug sind, Sie haben einmal eine große Sitzgruppe, dann haben Sie einen tollen Küchenbereich mit einem Backofen, ein schönes französisches Elternbett und dahinter dann so ein richtiges Kinderzimmerabteil. Sie haben zwei Etagenbetten, Sie haben angelehnt eine Sitzgruppe, die auch nochmal zum Bett umgebaut werden kann. Sie haben die Möglichkeit, dass die Kinder auch nochmal einen eigenen Sitzbereich daraus kreieren können, indem man die Betten hochklappt. Die haben einen Tisch dazu und Sie können während der Fahrt dann dieses Fahrzeug auch im Kinderbereich als Transportmittel nutzen, indem Sie die Betten hochklappen und dort auch noch Fahrräder unterbringen können. Der Bianco 720 SKDW aktiv ist von außen eine Gesamtlänge inklusive Deichseln 9,25 Meter, hat innen eine Nutzlänge von 7,20 Meter, ist 2,50 Meter breit, fängt bei ca. 35.000 Euro an und ist nutzbar, ohne groß was umzubauen, für mindestens sechs Personen, die schlafen können.